Du möchtest nun deinem Duftagenten, bei mir ist es die Blume, einen Duftwert übergeben. Dazu brauchen wir eine Methode. Wir möchten nämlich, dass sobald die Blume gezeichnet wird, sie einen Duftwert von 1000 erhält. Du klickst hier auf Plus Methode, dann wechselst du die Methode auf When creating new agent, suchst dann auf der rechten Seite nach Aktionen, die heissen Attribute und Eigenschaften, dann ziehst du den Lege fest in das Aktionsfeld, definierst die Variable Duft und setzt diesen Wert auf 1000.